Die jüdische Gemeinde Mannheim ist eine jüdische Gemeinde, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Mannheim existiert. Historische Entwicklung In Mannheim wurden erstmals im Jahr 1652 fünf jüdische Familien aus Pvedersheim in der Stadt aufgenommen. Um 1660 schon die erste Synagoge gebaut und 1661 der jüdische Friedhof angelegt. Die erste Ansiedlung wird in Artikel 10 der ersten Mannheimer Judenkonzession vom 1. September 1660 ausdrücklich erwähnt, die von Kurfürst Karl I. Ludwig für die deutschen Juden erlassen wurde und in einem 13 Punkte umfassenden Programm die Rechte und Pflichten der bereits ansässigen und noch zuziehenden deutschen Juden regelte. Ihnen wurden dadurch vergleichsweise weitgehende Freiheiten eingeräumt und sie den Stadtbürgern gleichgestellt. Nur wenige Jahre später wurde diese Siedlung wie die ganze Stadt während des Pfälzischen Erbfolgekrieges im März 1689 von den Franzosen zerstört. Die Einwohner flohen und die neue Besiedlung begann erst etwa zehn Jahre später um 1700, als auch bereits wieder eine neue Synagoge eingeweiht werden konnte. Die Erforschung der Herkunft der zugewanderten Juden gestaltet sich schwierig. Da Juden keine einheitlichen Familiennamen trugen und sie ohnehin meistens von Generation zu Generation in wechselnden Orten leben mussten. Insbesondere wenn den Söhnen der Kauf bzw. die Erneuerung des Schutzbriefes und damit das zeitlich begrenzte Aufenthaltsrecht in ihrer Geburtsstadt verwehrt wurde. Die Zuwanderung jüdischer Familien nach Mannheim um 1700 wurde hier insbesondere durch die Konzession vom 31. Oktober 1698 ermöglicht. Mit der Kurfürst Johann Wilhelm die bisherige Höchstzahl jüdischer Familien von 84 auf 150 heraufsetzte. Außer dem Kapital zum Bau eines Hauses verlangte er auch den Besitz von mindestens 1000 Talern, um möglichst nur die Ansiedlung wohlhabender Juden zu fördern. Andererseits war es aber auf Druck der christlichen Mitbürger, den Juden per Kleiderordnung durch den Mannheimer Stadtrat von 1717 verboten, diesen Wohlstand auch öffentlich zu zeigen. Das Tragen kostbarer Kleider und Mäntel von Damast und Seide wurde ihnen untersagt, obwohl sie in den vornehmsten Straßen die schönsten Paläste und Häuser bewohnten und ihre Hochzeiten mit dem größten Pomp feierten. Anführungszeichen Die meisten Familien kamen erst Mitte des 18. Jahrhunderts in die Stadt, zumal Kurfürst Karl III. Philipp am 23. Mai 1717 die Höchstzahl jüdischer Familien auf 200 steigerte, etwa ein Achtel der Gesamtbevölkerung, und die Verlegung der Residenz nach Mannheim im Jahr 1720 der unter den Kriegsfolgen noch immer leidenden Stadt neuen wirtschaftlichen Aufschwung gab. So kam beispielsweise auch der Stammvater der Fabrikantenfamilie Meyer, Elias Heium um 1740 aus Stuttgart nach Mannheim und die später sogenannte Familie Ladenburg, Inhaber des Bankhauses Ladenburg, der auch Mannheims Ehrenbürger Karl Ladenburg angehörte, kam 1760 aus Ladenburg, einem Nachbarort Mannheims. Schon um 1750 gab es in Mannheim 18 jüdische Hoffaktoren. 1780 gehörte Mannheim, auch das deutsche Jerusalem, genannt, mit Frankfurt am Main, Hamburg, Fürth in Bayern, Zülz und Glogau zu den einzigen Städten mit jeweils über 1000 jüdischen Gemeindemitgliedern. 1809 lebten nach einer amtlichen Zählung genau 1095 jüdische Bürger in Mannheim. Um 1830 lag ihr Anteil bei etwa 7% der Gesamtbevölkerung, wovon etwa zwei Drittel im Handel tätig waren. Überhaupt hatten am wirtschaftlichen Aufschwung Mannheims im 19. Jahrhundert gerade die jüdischen Einwohner beträchtlichen Anteil. Jüdische Tucheisen, Getreide- und Tabakhandelsfirmen entstanden, Zigarrenfabriken, siehe Gott Schalkmeyer und seine Geber. Meier-Zigarrenfabriken und Brennereien wurden eröffnet, das Bankhaus Ladenburg finanzierte zahlreiche Industrieprojekte. Weltruf genossen der 1838 gegründete Verlag von J. Benzheimer und die rheinische Gummi- und Zilluloidfabrik der Gebrüder Ben Singer. 1827 entstand das Bezirksrabbinat Mannheim, das nur die jüdische Stadtgemeinde Mannheim umfasste. 1875 wurden 3943 jüdische Einwohner in Mannheim gezählt, entsprechend 6,6% der gesamten Einwohnerschaft. Das Mannheimer Judentum spielte eine bedeutende Rolle in allen Bereichen des städtischen Lebens, unter anderem durch verschiedene Stiftungen, mit denen einige Einrichtungen finanziert oder großzügig ausgestattet werden konnten wie das Herschelbad, die städtische Kunsthalle, das Reismuseum und die Stadtbibliothek. 1900 heute mit 6.972 Mitgliedern war die israelitische Glaubensgemeinschaft in Mannheim 1925 zahlenmäßig die stärkste in Baden. Auch am urbanen Aufschwung der Stadt nahm die jüdische Gemeinde seit Anfang des 19. Jahrhunderts einen gleichwertigen Platz neben den christlichen Religionsgemeinschaften ein. Die Namen von Juden verbanden sich mit führenden Industrieunternehmen, bedeutenden sozialen und kulturellen Stiftungen und fanden sich in politischen Gremien von der gemeindlichen Selbstverwaltung bis in den Reichstag. Generelle Stimmung in Mannheim um 1930 Die Stimmung in Mannheim war aufgrund der Mannheimer Gesellschaftsstruktur generell nicht sehr antisemitisch. Daher wurde durch die Nationalsozialisten im nordbadischen Raum die administrative Seite der Verfolgung stärker betont. Jedoch fanden auch wilde Methoden statt, wie man Z.B. an der Verdrängung der Juden aus dem Geschäftsleben erkennen kann. Entwicklung der Mannheimer Juden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Gemeinde reagierte gewappnet. Jedoch gab es im Gemeindeblatt keinen besonderen Hinweis auf dieses bedeutende Ereignis. Erst nach Erlass der Anti-Juden-Gesetze fand sich dort erste Kritik. Im Inneren lädt die Gemeinde von Anfang an. Sie begannen sich eine jüdische Welt zu errichten, mit eigenen Schulen, eigenem Seniorenheim und Krankenhaus. Zur Versorgung der Juden ohne Einkommen wurden Vereine gegründet. November Pogrome 1938 Während der November Pogrome 1938 wurde die Mannheimer Synagoge gesprengt und die Feudenheimer Synagoge in Brand gesteckt. Geschäfte sowie Wohnungen von Juden wurden geplündert und deren Habe verbrannt. Führende Gemeindemitglieder flohen oder wurden nach Dachau deportiert. 1940 zu den Deportationen nach Gülen nach der Eroberung Frankreichs am 2. August 1940 gingen das Elsass an Gauleiter Robert Wagner zur Bildung eines neuen Gaus Oberrhein und Lothringen an Josef Wirkel zur Bildung eines neuen Gaus Westmark. Im Rahmen der Waffenstillstandsvereinbarung mit Frankreich am 22. Juni 1940 war vereinbart worden, dass alle französischen Juden aus den deutschen Besatzungsgebieten in das Landesinnere von Frankreich deportiert werden sollten. Bis Mitte September 1940 wurden so über 23.000 Franzosen aus den besetzten Gebieten deportiert. Anlässlich einer Besprechung der beiden Gauleiter in der Reichskanzlei am 25. September 1940 forderte Hitler sie oft dafür zu sorgen, ihre Gebiete judenfrei zu machen. Beide beschlossen, in einer konzertierten Aktion die Deportationen auch auf die im Reichsgebiet lebenden Juden auszudehnen. So wurden im Rahmen der Wagner-Birkel-Aktion die letzten in Mannheim und der ganzen Umgebung lebenden deutschen jüdischen Glaubensamt am 22. Oktober 1940 von Kripo-Beamten abgeholt. In Sermellager nach Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe gebracht und in sieben Zügen über Belfort nach Gülen deportiert. Nur wenigen gelang von dort die Flucht. Viele starben an Hunger und Krankheiten. Im August 1942 wurden von dort Transporte in die Gaskammern von Auschwitz und Lublin-Maidanek zusammengestellt. Leben der jüdischen Gemeinde nach Zusammenbruch der eigentlichen Gemeinde Krankenhaus und Altersheim waren kostspielig. Aber für die Gemeinde von steigender Bedeutung. Das Krankenhaus wurde jedoch 1941 beschlagnahmt und das Altenheim wurde kurz darauf infolge von Deportationen geschlossen. Bis 1940 gelang rund 4000 Juden die Immigration bzw. Flucht ins Ausland. 2300 Menschen aus dem jüdischen Kulturkreis fielen in Mannheim dem Nationalsozialismus zum Opfer. Von den vor der Machtergreifung 1244 jüdischen Betrieben blieben bis zum 1. März 1939 noch 64 übrig. Die h. Sie waren noch rentabel bzw. noch nicht arisiert. Nach 1945 die Wiedergründung der jüdischen Gemeinde nach der nationalsozialistischen Verfolgung erfolgte mit nur 120 Mitgliedern. Als 1952 ein Friedensengel errichtet wurde, war die Aussage des Gedenkens noch sehr strittig. Der damalige Oberbürgermeister Hermann Heimerich wollte damit für die Bevölkerung einen Ort öffentlicher Trauer und gemeinschaftlichen Gedenkens schaffen. Das Denkmal sollte zur Versöhnung der in der Frage des Umgangs mit der Vergangenheit gespaltenen Nation beitragen. Die vom Bildhauer Gerhard Marx geschaffene und in Anwesenheit von Bundeskanzler Konrad Adenauer am Volkstrauertage eingeweihte Plastik wurde. Schließlich im Mai 1983 von ihrem prominenteren Standort in B4 im Schatten der Jesuitenkirche nach Je 6 verlegt. Mitte der 1950er Jahre konnte die jüdische Gemeinde einen neuen Bettsaal in der Maximilianstraße erstellen, der 1957 geweiht wurde. Dabei handelte es sich um den zweiten Synagoge-Neubau im deutschen Südwesten nach dem Holocaust. Die Verwirklichung des Projekts hatte der ehemalige Oberbürgermeister Hermann Heimerich wesentlich gefördert. 1987 wurde schließlich die neue Mannheimer Synagoge eingeweiht. In den Mannheimer Planken wurde 2003 ein Mahnmal errichtet. Auf dem Glaskobus sind in Spiegelschrift die Namen der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim angebracht. Der Kubus selbst wurde schräg aufgestellt, sodass er auf den Mittelpunkt des Paradeplatzes weist. 2012 hatte die Gemeinde etwa 500 Mitglieder. Jüdische Persönlichkeiten in Mannheim Isaac Brillen, erster Rabbi Friedrich Julius Bensinger, Unternehmer, Mitbegründer der Rheinischen Hartgummi-Warenfabrik Adolf Bensinger, Unternehmer, Mittenhaber der Rheinischen Gummi- und Zelluloidfabrik, Kunstsammler Karl Bensinger, Unternehmer, Mittenhaber der Rheinischen Gummi- und Zelluloidfabrik Familie Ladenburg, jüdische Bankiersfamilie Bernhard Kahn, Stadtrat, durch dessen Erbe die Lesehalle entstand Bernhard Herschel, Stifter des Herschelbades Victor Lehne, Industrieller, Präsident der Industrie- und Handelskammer Richard Lehne, Industrieller, Präsident der Industrie- und Handelskammer von Frankfurt am Main 1924 bis 1933 Ludwig Frank, Rechtsanwalt und Politiker der SPD Fritz Kahn-Gagnier, Oberbürgermeister von Mannheim, Finanzminister von Württemberg-Baden Max Grün-Ewald, Rabbiner Paul Epstein, Leiter der Volkshochschule Mannheim Max Diamant, Journalist, sozialdemokratischer bzw. sozialistischer Parteifunktionär und Gewerkschafter